16 Jahre herrscht Angela Merkel über Deutschland und die 16 Bundeslande. Jetzt dankt sie ab. Das Spiel um den deutschen Thron beginnt. Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wird es der Zwerg aus dem Westen, der geschickt den bayerischen König ausgeschaltet hat? Wir müssen gewinnen, nicht weil wir gewinnen wollen, sondern weil wir gewinnen müssen. Oder wird es Annalena aus dem Hause Baerbock, die große Teile der jungen Generation hinter sich versammelt hat? Wir haben uns 40 Jahre darauf vorbereitet. Jetzt ist der Moment, unser Land zu erneuern und alles ist drin. Oder wird Olaf, Meister der Münze, der lachende Dritte? Ich bewerbe mich für das Amt des Bundeskanzlers, weil ich überzeugt bin, ich kann das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017